Hallo zusammen und herzlich Willkommen zum dritten Teil meines Videos hier zum Tamiya TT01e. In diesem Video werde ich mich der Elektronik widmen und zwar wie man sie einbaut, wie man sie miteinander verbindet und wie man sie auch konfiguriert und das Schritt für Schritt. Ich möchte mit meinem Truck dem Tamiya Eurocup Reglement entsprechen und aus diesem Grund werde ich die Dragster 3 Brushless Combo mit 18 Turns einbauen. Wer die Baukasten Combo einbauen möchte, das ist auch kein Problem, sie ist übrigens auch sehr gut in der Anleitung beschrieben. Im vorigen Video habe ich beim Zusammenbau bereits den Motor und das Servo eingebaut. Falls ihr das Servo frisch aus der Verpackung nehmt, also ein ganz neues, dann habt ihr das Problem, dass ihr die Neutralposition des Servos nicht kennt. Um die herauszufinden, empfiehlt es sich die Elektronik außerhalb des Fahrzeugs einmal aufzubauen und dann den Regler einzuschalten. Somit springt nämlich der Servo in die Neutralposition und in dieser Position könnt ihr dann euer Servo Horn oder den Servo Saver, je nachdem was ihr möchtet, aufbringen. Übrigens empfiehlt Tamiya bzw. Carson diese Komponenten hier. Ja, das ist für alle die interessant, die den Truck möglichst Baukasten halten möchten. Ich nehme jetzt erstmal die Schachtel von der Regler und Motor Combo, schau dir erstmal rein, da ist eine Anleitung drin. Dann ist hier der Regler zu sehen mit allen Anschlusskabeln die man benötigt und hier ist so eine kleine Programmierkarte noch mit dabei. Ansonsten ist nichts in der Verpackung. Die kleine Programmierkarte, die brauchen wir erstmal nicht. Die lege ich hier zur Seite und dann gehe ich erstmal wie sonst auch üblich auf meinen Arbeitsplatz ein, den ich hier vorbereitet habe. Wir brauchen natürlich eine Fernsteuerung, einen Akku, einen Regler, der praktisch den Motor dann nachher steuert und die Stromversorgung leistet. Auch den Empfänger natürlich, der die Verbindung zur Fernbedienung darstellt. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Werkzeug sowie Zangen. Dann haben wir hier das doppelseitige Klebeband, ein bisschen Bremsenreiniger. Zeva liegt hier noch auf dem Tisch. Das braucht man auch immer, um die Komponenten sauber machen zu können. Und oben das kleine rote, das ist ein Transponder, denn ich möchte auch auf der Strecke fahren. Und der Transponder übermittelt die runden Zeiten an die Zeitmessanlage. Ich setze den Akku ins Fahrzeug ein und fixiere ihn mit dem vorgesehenen Bügel. Nun ist der Regler und auch der Empfänger an der Reihe. Hier ist dann der erste Schritt herauszufinden, an welcher Position wir den Regler im Fahrzeug befestigen möchten. Die Combo ist sehr einfach gestaltet. Auch die Kabel sind sehr gut beschriftet. Da sieht man C, B und A und Plus Minus. C, B und A werden im Motor angeschlossen. Man sieht es auch hier nochmal, die Beschriftungen. Und Plus Minus kommt dann später an den Akku. Bevor ich Regler und Empfänger im Fahrzeug fixiere, möchte ich die Position erstmal finden, in der er am besten hineinpasst. Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass die Kabel nachher nicht irgendwo am Antriebsstrang oder an sonstigen rotierenden Teilen sich reiben. Diese Position sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus. Ich gebe mich aber noch nicht ganz zufrieden, denn der Empfänger sollte ja auch irgendwo untergebracht sein. Möglichst so, dass man da auch gut rankommt. Wenn die optimale Position gefunden ist, nehme ich hier das doppelseitige Klebeband, das dem Baukasten beiliegt, ein Stück Küchenrolle und benetze das mit Bremsenreiniger. Ich reinige die Stellen gründlich, an denen die Komponenten angebracht werden sollen, damit sie staub- und fettfrei sind, sonst haftet dieses doppelseitige Klebeband nicht so richtig. Nun nehme ich das doppelseitige Klebeband, schneide es mir grob zurecht, um es dann an der Unterseite des Empfängers anzubringen. Nachdem ich das überschüssige Band abgeschnitten habe, befestige ich den Empfänger in der Position, wie ich mir das ausgedacht habe. Da mein Empfänger ohne Antenne ist und auch ziemlich klein, passt er ganz gut oben auf den Servo. Wichtig ist dabei nur, dass das Servo beim Bewegen nicht am Empfänger streifen darf. Das Servo kann man dann übrigens schon in den passenden Port einstecken. Als nächstes nehme ich den Regler zur Hand und verbinde die drei Motorverbindungskabel. Diese sind sehr gut beschriftet mit A, B und C. Einen sogenannten Sensor hat dieser Motor übrigens nicht, somit gibt es auch kein Sensorverbindungskabel. Nach dem Verbinden der Kabel zum Motor, prüfe ich nochmal, ob der Regler gut an die von mir ausgedachte Position passt. Jetzt geht es um das Verbindungskabel, das aus dem Regler kommt und im Servo eingesteckt werden soll. Das ist mir hier deutlich zu lang. Ich kann es aber nicht einfach abschneiden, sondern ich wickele es einfach um so einen kleinen Imbus. Und dadurch sieht es aus wie so ein Kringelschwänzchen, aber dafür aufgeräumt. Was auch oft ein Problem darstellt, sind die kleinen Stecker, die in den Empfänger hineinkommen. Und zwar konnte sich hier wohl der Modellbauer nicht ganz auf einen Steckertyp einigen. Manche haben sogar so eine kleine Nase noch an der Seite dran. Diese entferne ich und schabe den Stecker so ein bisschen ab. Denn der Samfa Empfänger, den ich hier verwende, der ist ziemlich eng und sonst quetscht der Stecker da richtig. Wenn dann alles passt, stecke ich das Empfängerkabel in den Empfänger richtig rum ein. Also bei mir ist es Port 2. Da ich auch möchte, dass die Kabel schön aufgeräumt aussehen, überlege ich mir, wo ich die restlichen Kabel, die zum Motor führen, hin tun soll. Da finde ich eine ganz gute Lösung. Und zwar nehme ich so kleine Kabelbinder und lege das Kabel hinten am Regler so lang und quetsche sie mit dem Kabelbinder zusammen. So sind sie dann aufgeräumt und streifen auch nicht an der Antriebswelle. Und jetzt erst kommt das Einkleben des Reglers ins Chassis. Hierzu reinige ich nochmal die Unterseite des Reglers und auch die Chassisplatte, damit auch hier alles staub- und fettfrei ist. Wenn ihr den Regler als erstes einklebt und dann euch erst um die Kabel kümmert, dann kann es sein, dass ihr die nicht mehr so sauber verlegt bekommt. Und das sind dann die Fahrzeuge, wo oben zwei Meter Kabel rausschauen. Und das ist natürlich auch nicht hilfreich, um den Schwerpunkt tief zu kriegen. Ich nehme auch hier das doppelseitige Klebeband, befestige es unten am Regler, schneide es mir zurecht und klebe dann den Regler im Chassis ein. Ein kleiner, aber sehr wichtiger Hinweis an der Stelle. Schaut bitte, dass die Räder den Boden beim ersten Einschalten des Reglers nicht berühren. Warum? Und zwar kennt der Regler ja die Neutralposition nicht und falls er von alleine Gas gibt, haut euch das Auto ab. Als nächstes stecken wir den Regler im Akku richtig rum ein. Dieser kann eigentlich nicht verpolt werden, denn der Stecker bietet immer einen Verpolungsschutz. Ich schalte auch gleich mal den Regler ein, um grundsätzlich zu sehen, ob er dann funktioniert. Ja, da blinkt schon mal was, das ist gut. Was ich als nächstes machen muss, ist die Verbindung vom Empfänger zum Sender herzustellen. Hierzu schalte ich den Sender erstmal ein und gehe in das Konfigurationsmenü zum Binden. Dieser Vorgang wird bei euch natürlich ganz anders aussehen, da ihr ganz sicher eine andere Fernsteuerung habt. Hier müsst ihr einfach mal ins Handbuch der Fernbedienung schauen. Bei Sanwa funktioniert das Binden wie folgt. Zuerst aktiviert man an der Funke das Bind, dann hält man die kleine Taste am Empfänger fest und schaltet dann den Regler ein. Hierbei fängt der Regler an zu blinken und auch der Empfänger. Danach aktiviert man nochmal das Bind im Sender und damit ist die Verbindung hergestellt. Als nächstes müssen wir dem Regler beibringen, wo an der jetzt gebundenen Funke Neutralposition Vollgas und Vollbremse ist. Da dazu ist der erste Schritt, dass man an der Funke Vollgas auch auf 100% Gas stellt Um den Regler in den Programmiermodus zu bringen, muss er ausgeschaltet sein. Beim Einschalten drückt man diese Set-Taste und hält sie auch gedrückt und lässt dann alles los. Den Sender lassen wir in der neutralen Gasstellungsposition und drücken einmal die Set-Taste. Als nächstes ziehen wir den Hebel auf Vollgas und drücken wieder Set. Dann kommt Vollbremse und wieder Set. Nachdem wir den Sender in die Neutralstellung zurückfallen lassen, ist er wieder im normalen Betriebsmodus und alles funktioniert. Falls etwas schief gelaufen ist oder ihr nicht sicher seid, ob alles richtig war, dann schaltet den Regler einfach aus und beginnt von neuem mit der Programmierung. Wir kommen zu Schritt 3. Hier kümmere ich mich um die Lenkung, denn die muss auch angepasst werden. Als erstes prüfe ich, ob das Auto richtig rumlenkt. Hier ist es schonmal falsch. Es gibt Servos, die auf Reverse gestellt werden müssen. Hierzu gibt es auch einen Menüpunkt im Menü, in dem ihr das Servo auswählen könnt und auf Normal oder Rev für Reverse stellen könnt. Nachdem das geschehen ist, ist schonmal die Drehrichtung richtig. Also wenn ich am Lenkrad nach rechts drehe, lenkt das Fahrzeug auch nach rechts. Wenn ich nach links drehe, dann lenkt es auch nach links. Aber zu diesem Zeitpunkt bitte das Lenkrad noch nicht voll einschlagen. Nun kommen wir zu Punkt 4 und es ist die Geradestellung der Räder. Hier sehen wir, dass das Modell ganz leicht nach links ziehen würde, denn die Räder stehen nach links. Hierzu muss ich im Menü das Trimmenü finden. Im Trimmenü stelle ich die Räder so ein, dass sie geradeaus zeigen. Das mache ich einfach auf Sicht und das kann man auch später dann noch auf der Bahn korrigieren, wenn man merkt, dass das Auto nicht ganz geradeaus fährt. Nun kommen wir zu Punkt 5 und das ist der maximale Langeinschlag links und rechts. Diesen müssen wir auch an der Funke einstellen. Da dazu gibt es einen Menüpunkt, in dem man prozentual einstellen kann, wie weit das Servo links und rechts herum ausschlagen soll. Ich stelle zunächst sehr kleine Werte ein, damit das Servo auf keinen Fall an den vollen Anschlag kommt. Ich erhöhe den Wert langsam so weit, bis ich sehe und merke, dass die Lenkung am mechanischen Anschlagspunkt angekommen ist. Das mache ich natürlich für beide Seiten, links sowie rechts. Man sollte auch darauf achten, dass der Anschlagswinkel links genauso groß ist wie rechts herum. Sonst kann es sein, dass das Auto links herum einen ganz anderen Radius fährt wie rechts. Aber hier passt alles. Und ganz wichtig, wenn ihr das Modell ausschalten wollt, immer zuerst das Fahrzeug und danach die Funke aus. Beim Einschalten natürlich genau andersrum. Erst die Funke ein und dann das Auto. Zu dieser Programmierbox, die mitgeliefert wird in der Carzone Combo, da mache ich wahrscheinlich mal ein separates Video drüber. So, was jetzt noch fehlt, ist der Einbau des Transponders. Der Transponder wird einfach an einen freien Port in Empfänger eingesteckt und dann dort fest montiert, wo man ihn haben möchte. So, nun ist die Elektronik komplett vorbereitet und wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht zuzusehen. Und ich hoffe noch viel mehr, dass es auch euch hilft beim Einbau eurer Elektronik. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020